Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. Die Firma Steiko steht für Wärmedämmung. Wahrscheinlich seid ihr momentan voll im Trend. Wir sind natürlich voll im Trend in der Energiekrise, da sind mehr Leute momentan nachfragen. Was macht jetzt diesen Dämmstoff? Haben Sie da zwei, glaube ich, so einen Querschnitt, so effizient? Ja, das ist einmal die Wärmedämmung, die wichtig ist im Winter, also um die Wärme im Gebäude zu lassen. Dort haben wir schlechte Wärmeleitfähigkeit. Das heißt also, dieser Wert 0,36 sagt uns, je tiefer dieser Wert ist, umso besser dämmt dieser Stoff. Und 0,36, da sind wir eigentlich an konventionellen Dämmstoffen dran, kann man sagen. Obwohl es natürlich ist. Obwohl es ein natürlicher Dämmstoff ist. Und das Nächste, durch diese hohe Dichte dieses Dämmstoffes, können wir auch sehr viel Wärme speichern. Das heißt also, im Umkehrschluss, im Sommer wohnt man ja auch im Gebäude, schottet mich das sehr ab gegen die Hitze im Sommer. Auch das ist ja ein Trend, dass wir wärmere Sommer zu erwarten haben und deswegen auch hier eine Einsparung. Das ist eine natürliche Klimaanlage, wenn man so will. Kann man es nachträglich einbauen und wer ist denn dann eure Zielgruppe? Ja, also nachträglich lässt sich das natürlich einbauen. Das ist auch ein Markt, den wir in Zukunft mehr und mehr bearbeiten wollen. Und unsere Zielgruppe, das ist der Häuslebauer, das sind aber natürlich auch Wohnungsbaugesellschaften, die auch, so stellen wir fest, mehr und mehr auf so einen Dämmstoff Wert legen. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten www.mietspiegel.com Wir vernetzen private Vermieter ISHW Gemeinsam stark Zuhause bzw. Untertitelung des ZDF, 2020